Was ist die Dörfer? Mich wundert immer, was da möglich ist. Vor dieser Dorfernauerung hätte ich das gar nicht für möglich gehalten. Da ist ganz schön was los. Und plötzlich ist so eine Diskussion in Gang gekommen, dass man ja immer darüber nachdenken könnte, wie man eigentlich leben möchte. Wenn du durch die Dörfer fährst, da ist nichts. Da sind ganz viele leere Höhlen, die nur noch Fassade sind. Und wenn du dann eine Stalltür aufmachst, ist nichts. Bananenblätter. Cool. Fühlt sich toll an, ne? Bananen, ja. Wir haben gesagt, Unabhängigkeit gibt es nur, wenn ihr wirtschaftlich arbeitet und etwas Wirtschaftliches findet, was euch selber trägt, womit ihr Business betreiben könnt. Was dann hier rausgeht, sind natürlich Fische. Und Bananen. Wir haben also eine Aktiengesellschaft gegründet. Das war etwas kompliziert, weil in dieser Region noch nie eine Aktiengesellschaft gegründet worden ist. Sie steigen mit 50.000 ein. 6% fessere Zins über die Aktiengesellschaft. Wer soll mit 50.000 einfallen? Sie? Ja. Und dann geht das hoffentlich in drei Monaten los. Wir wollen in drei Monaten... In drei Monaten wollen... Also wenn Sie das machen, dann gebe ich Ihnen sehr klar. Das eigentlich Großartige oder Wichtige daran ist, zu sehen, wir gestalten jetzt tatsächlich unser Leben und unser gemeinschaftliches Leben. Wir wollen in drei Monaten los. Dellen Sie, bitte um eineomer� Defaliita paragdezungen, was wir noch niemals mit einer Art Woody. KomplOM-sworking السporger overnight. Besches dannano Bernbohal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.